Ich habe einen Tag mit dem Wolfe verbracht. Wolfe ist einer von zwölf Bewohnern am Himmelschlüsselhof im Texingtal. Hier leben Menschen mit geistiger Behinderung und führen gemeinsam einen Hof. Das war die Idee von Margit, die dieses Projekt gegründet hat für ihren Sohn, der auch geistig behindert war. Er lebt leider nicht mehr mehr. Wolfe und ich haben dann den Stall ausgemistet. Hier gibt es Pferde, Esel, Alpakas, Schweine und, 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 und. Und zu Mittag haben wir zusammen gegessen. Nur Vegetarisches kommt hier am Tisch. Uschi hat mir dann gezeigt, wie man spinnt. Danach ging es zur Voltigiöbung am Tonnenpferd. Wolfe und seine Mitbewohner nehmen sogar bei Voltigierturnieren mit echten Pferden teil. Das war ein toller Tag, der mal lang in Erinnerung bleiben wird.